Es ist nicht überraschend, aber überraschend klar, wie Wladimir Putin gesiegt hat bei den Präsidentschaftswahlen in Russland. Prognosen gehen von fast 74% aus. Die erste Hochrechnung lag bei 72%. Etwa 110 Mio. Menschen konnten bis 19 Uhr ihre Stimme abgeben. Auch hier in Berlin gab es heute eine rege Beteiligung. Sie stehen in der Kälte. Hunderte in Berlin lebende Russen warteten vor ihrer Botschaft, um ihr Kreuz bei der Präsidentschaftswahl zu machen. Insgesamt leben mehrere Tausend Menschen mit russischer Staatsbürgerschaft in der Stadt. Es wurde ja schon erwartet, dass Wladimir Putin zum 4. Mal als Sieger hervorgehen würde. Eine kleine Oppositionsgruppe demonstrierte und kritisierte die Abstimmung als reine Krönungszeremonie für Putin.